So ein schöner Tag, ich meine Abend. Oh scheiße. Nein, nein, nein. Jetzt bin ich ja schon wieder in Minerkraft. Kacke. Oh kacke. Was soll ich bloß tun? Ich bin ja jetzt wieder in Minerkraft. Oh. Da ist ein Haus. Ich glaub da wohnt jemand. Ich geh da mal hin. Ich muss aufpassen. Vielleicht ist hier so ein Irrer, wie Herobrine zum Beispiel, oder es könnte auch Gronkh, oder so sein. Ich guck mir das Haus mal genauer an. Hier sind Pferde. Muss wohl ein Vergewaltiger hier wohnen. Mal gucken. Jemand soll hier mal die Musik ändern. WTF doch nicht diese, du Idiot. Hier wohnt der Haterliche. WTF-Bankautomaten-Fan-Hater ist auch hier. Alter, was macht die Schwuchtel in Minerkraft? Bankautomaten-Fan-Hater. Du Nob, du bist ja auch in Minerkraft. Hallo GTA 4 Hater HD. Wie bist du denn in Minerkraft gekommen? Kein Schimmer. Ich bin irgendwie in dem Haus gewesen, das sicher mir gehören soll. Ich frag mich wirklich, warum ich in Minerkraft bin. Alter. Wer spielt grad so ein Spiel mit uns? Alter. Ich guck mich ein wenig um. Ich habe einen Plan. Wenn wir ein bisschen durch die Welt gehen, wird es sicher unsere Welt auch geben. Wir werden wohl weit weg gehen und Reisen machen. Wir müssen irgendwie irgendwas finden, damit wir in unsere Welt kommen können, verfluchte Scheiße. Okay, Hater. Ich habe schon Sachen gefunden für so eine Reise. Bankautomaten-Fan-Hater. Heute ist ein großer Tag. Wir werden jetzt die Reise unternehmen. Schwarze Balken. Ich liebe die. Die machen alles Aktion geiler. Ich liebe die. Verkackte Scheiße. Was jetzt? Wir können hier nicht mehr weg. Wir müssen wohl für immer hier bleiben. Scheiße. Warum nur, warum nur? Warum nur ich? Ähm, ich meine wir. Was ist mit dem Neta? Mit dem was? Mit dem Neta. Die Unterwelt. Damit können wir vielleicht in unsere Welt kommen. Und wie kommen wir zu diesem Neta? Mit einem Neta-Portal. Sag mir wie man das baut. Und ich baue ein Neta-Portal. Öh, ihr habt das nie gesehen mit dem Modus. Muha-ha-ha-ha. Ich guck mir das kurz an. Bleib nur so lange hier. Achtung, heilige, harter Kraft. Verfluchte Kacke. Eine Lavaburg oder so. WTF жизнь? Musik Musik WTF Musik 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 Okay. Ach du heilige Scheiße. Was ist hier passiert? Warum ist hier überall Blut? Ein Moment mal. Bankautomaten-Fan-Hater. Bankautomaten-Fan-Hater. Wo bist du? Bankautomaten-Fan-Hater. Scheiße. Was ist das eigentlich? Wenn du deinen Freund in Bankautomaten-Fan-Hater wiedersehen willst, dann komm ins Neta und kämpf gegen mich. Mit lieben Grüßen, Herobrine. Ach du Scheiße. GTA 4 HD abonnieren. Oder schau dir ein anderes Video an. Muhahaha. Hau. Machal. Hau. 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 Untertitelung. BR 2018